Wenn du 15 Lebensjahre spendest, bekommst du 700.000 Euro. Wie lange müsstest du dafür arbeiten? Dann ist das hier dein Sechser im Lotto. Und jetzt deinen Riesenapplaus für unseren Donation Manager des Jahres, Max Thoma. Und was denken Sie? Skala von 1 bis 10. Ja, sie ist eine Siebeneinhalb. Ist okay. Eine Fünf. Oh, Junge, sie sieht wunderschön aus. Ich könnte... Ja? Ich könnte... Zeichnen wir das auf? Niemand kann schlafen. Nach 48 Stunden ohne Schlaf setzt ein Verlust des logischen Denkens ein. Nach 96 Stunden Halluzination, Verlust der Motorik. Alles geschieht im Zeitraffer. Die Symptome treten doppelt bis dreifach so schnell auf. Wir sterben doch jetzt nicht alle. Aber es sind doch nicht alle betroffen. Doch, natürlich. Mathilda hat auch geschlafen. Also meine Tochter hat geschlafen. Ganz sicher? Ja. Was wollen Sie von mir? Wenn ich nicht bekommen würde, was ich will, dann wärst du schon tot. Willkommen in Alcatraz. Sie haben Ihre Gefängnisstrafe erfolgreich abgesessen. Ihnen wird aufgefallen sein, dass Sie sich nicht mehr in Ihrem alten Körper befinden. Vielleicht verwirrt Sie das zunächst oder fühlt sich seltsam an. Desorientierung, optische und akustische Halluzinationen, auch leichtere Amnesien sind ganz normal. Nur 3% von Ihnen werden ein seltsamer Gruppe von Heróis auf dem Weg zum Mar-Auto. Wo der Fundator-Führer geöffnet hat, was der größte Perfeite der Welt. Willkommen, Micheli. Ich hoffe, dass Sie das größte Entscheidungen haben. Erinnern Sie, Sie sind der Kreator von Ihren eigenen Schulden. Geht was, was passiert, Sie verdienen. Was? Was?